Hallo miteinander, hier ist Peter Schubert von der Firma Isabella K., Ihrem überregionalen Einrichter. Ich melde mich heute einmal nicht aus unserem Fotostudio in unserem Einrichtungshaus in Oberfranken bei Transdorf bei Coburg, sondern aus einer real existierenden Wohnung, welche wir einrichten durften. Und Sie sehen mich ganz bewusst hier an einem Essplatz sitzen, in diesem Fall von Pultrona Frau, denn Isabella K., wir beschäftigen uns auch wirklich sehr, sehr gern mit hochwertigen Essplätzen. Hochwertige Essplätze, das ist ein Tisch und das sind Stühle, das kann auch eine Bank sein, aber das Wichtige an der ganzen Sache ist, es muss zu Ihrem Leben, zu Ihrem Stil passen und damit Sie hier die richtigen Produkte finden, sind wir gern für Sie da. Wie funktioniert das? Sie schicken uns zum Beispiel einfach ein paar Fotos Ihrer Einrichtungssituation, Sie sagen uns dazu in Stichpunkten, was Ihr Ziel ist, was Sie für Ansprüche haben und dann beginnt auch unsere Erfahrung hier schon einzugreifen. Wir werden Ihnen dann ganz konkrete Vorschläge unterbreiten und können das natürlich dann auch in Telefonaten, per E-Mail vertiefen, wie Sie das alles wünschen. Es ist natürlich auch möglich, Materialien dazu zu senden. Und was ganz, ganz wichtig ist, am Ende des Prozesses steht ein ganz individueller Essplatz für Sie, den wir kostenfrei im ganzen deutschsprachigen Raum auch ausliefern und aufbauen. Ich sage für heute mal vielen Dank, wir freuen uns wieder auf Ihr Feedback und Tschüss.